Für die Kinder vom Morgen, für die nächsten Generationen, soll ich das nur. Yeah, yeah. Ich stell dir vor, jeder hätte genug, alles bleibt gut. Kein Stress gegen Geld, Geschäfte ohne Betrug. Niemand müsste mehr leiden, die Ressourcen sind nicht verteid. Arm und reich, schwarzes und weites Blutes verhalten. Eine Zeit, die noch nicht zuvor, im Einfluss mit der Natur. Vom Bösen nicht die gehigste Spur. Kein Chihar, kein Taliban, kein Alkazier. 100% Toleranz, pure Harmonie. Überall herrscht Frieden aufgrund sozialer Prinzipien. Keine Gangs mehr von Rio, bis auf den Philippinen. Gangster Posten reichen sich die Hand. Waffenstillstand in jedem Land, so dass man frei über alle gehen kann. Der Regenwetter sich die Rode von den Kluten. Umweltbewusstes Handeln steht ganz oben. Unsere Erde wird geschoten, kann sich wieder erholen. Das ist ja korrekt, ich schieße jeden einen Wammel. Yeah. Was macht dieser Typ da? Lobby hat Frieden, seid ihr immer der Typ, der übert. Ich mach es glüber. Yeah. Ich lass mal meine Hose, steile ein bisschen meine Zeit. Ich bin auf jeden Fall Friedenstein. Schon lange und bereit. 83er Baujahr. Oh, Tocs, Bocos. Ja, auch Ticke. Und wirklich mach ich Hokus, Bocos. Schon machst du Fotos. Ich bin da, glaub ich, schon wackeln. Hitzen und Bocos. So kurz und kein Jahr, wie wenn lang, wie der Dealzeit. Wir fliehen durch die Berge, ja. Oh, nicht mit dem Strom. Wir haben unseren eigenen Strom. Dieser Seltz-Uft-Tiller. Ich Junge aus Manila. Berliner, auf jeden Fall voll live. Viele Kinder, könnt ihr verstehen. Ihr werdet mich, garantiert schon weiter in der Halle sehen. Yeah. Erzähl, Mann. Wie kannst du nur so leben? Nein. Yeah. Auch du, Rosa, wirst noch irgendwann röchtern. Ja, deine Mama, die ab und zu mal böse war. Das hat sie lieb gemeint, das wirst du noch verstehen. Irgendwann werden wir gemeinsam weitergehen. Ja, Mann. Ab in die Kirche, ab in die Schule, ab in den Hort. Jeden Tag fahren wir fort. So wie Christopher Reeve oder Harrison Ford. Jeden Tag geht es besser, besser. Mord, Rufmord. Ja, sie erzählen so viel Mist. Egal, ich bin da vorne. Gebe dem Leben eine Schwester. Scheiß gebaut, gut nach rechts oder nach links. Jeder landet sich später im Gerichtssaal und sie sagen, du stinkst. Aber kein Problem. Ich bleib dabei, ich bin der frischste Fleck. Was gibt von meinem Leben? Ich bin so stolz, dass sie es geschafft haben. Von Millionen anderen, die nicht geschafft haben. Von meiner Papa, die gute Saft. Ich bin so reingesangen mit meinen starken Armen. Und wieder raus, ich bin gesund. Ich bin gut oben drauf. Ich hab gute Laune. Fahrradfahren, nicht verboten. Sondern einfach so, ohne Brot. So gelogen. Was soll ich sagen, Bruder, bin jetzt nicht auf Drohung. Bin nicht heil genug, deswegen voll hektisch. Aber es schmeckt nicht. Fass mal auf, jetzt bin ich aber ich spontan so richtig. Versuch das mal. Probier das aus. Dann wirst du genau, wie das ist oben rum. Wie alle schauen mit einer Lächel oder frustrieren. Oder was weiß ich. Ich bin einfach gut im Sören. Okay. Bruder hat mir mal gesagt vor einem Jahr. Mikrofon musst du so halten, nicht so nah. Aber alles klar, jetzt müssen irgendwie zwei, drei, immer noch kein Superstar. Wir versuchen das mal mit einer Kamera. Ja, es ist wie eine ganz andere Erfahrung. Ich denke, du bist viel mehr vulnerable. Du bist einfach nur exposed. Einfach nichts kann passieren. In der Club, du bist sehr protected. Du bist sehr verabschiedet von allen anderen. Und ich denke, das muss das Menschen, die Musik zufrieden. Ich bin so nahe mit den Menschen, dass ich so nahe mit den Menschen bin. Ich habe so ein sehr intime Erfahrung. Meine Freunde spielen auf der Straße und dann gehen wir sie an. Ich fahre sie, so ich fahre ihre Musik. Und dann haben sie ihre Musik gemacht. In der Straße haben sie viele Jahre gemacht. Das ist cool. Wenn ich einen neuen Artisten sehe, dann denke ich, okay, das könnte der Start der Karriere sein. Das ist wirklich cool. Jeden Tag geht's bei meiner Musik um Liebe. Es geht hier um Liebe. Nicht um Profitieren. Man ehren nie die Tiere. So viele sind so gierig. Ich bin bescheiden. Ich bin ein Secondhandmodel. Jeden Tag geht es ab. Was geht ab bei dir, Bruder? Bleib mal locker. Ja, hey, warum schmeißt du dein Geld aus der Feste raus? So. Was du brauchst ist. Ein klares Denken. Ja, Mann, ich werde dir später was denken bei dir. Hallo, mein Freund. Ja, mal später hab ich vielleicht für dich etwas Zeit, mein Freund. Ich muss ackern. Ich muss mich beschäftigen. Ich muss was erleben. Wir lassen was entstehen für die Menschen, die noch nicht komplett. Deswegen. Ja, dass der gefährlich ist. Ich bin jetzt wieder los. Ich bin jetzt höher. Ich bin jetzt nicht mehr mit dir. Ja, Mann. Lass die Kraft endlich rad. Ich steck dich mir. Ich steck dich mir. Ich steck dich mir. Ja, ich bin jetzt noch nie. Wir sehen uns später, wir sehen uns später, nochmal, garantiert, ja man, ihr seht die Zahl, ne wunderschöne Zahl, die Nummer 5, so wie deine Handsfinger hat, yeah man, was macht dieses Kind, grad da, haha, total verhängt, total verzaubert, oder scheiß hier ist laubhaft, ja, Authentizität, wir sind nicht verständ, ab und zu bringt die Welt, egal, die wird wieder, immer wieder, eben auch immer wieder. Ich finde, es ist gut zu haben Musik auf der Straße, weil dann die Leute, die in der, in der Zeit, wo sie eigentlich leben sollen, weil Leute stoppen und haben Spaß, und reden uns zu anderen, und das kann nicht beim langen. Die Leute gehen von einem Ort zum anderen zu. Sie verstimmt sich. You have everything you got, one day in your life. One day in your life, one day in your life. One day in your life, becomes a day in your life. Das ist so voll schlimm. Gabi, ich spiele weiter. One day in your life, you're gonna be my stronger man. I've been patiently waiting, my friend. Now I can do everything I like. One day in your life, is gonna be your perfect world. Yeah, you just need faith in this game, my girl. Give everything you got, one day in your life. One day in your life. One day in your life. A day in our life. One day in your life. Vielen Dank.